ja hallo hier wieder euer tosse mit let's play skyrim die unendliche wir sind hier noch bei dem fest eine gerechte rache und sind unterwegs glaube ich mit wilkas und müssen da jetzt rein und die silberne hand vernichten das werden wir auch tun wir haben der tolle begleiter mit beim letzten vorletzten quest glaube ich haben wir da unseren hund verloren aber ich weiß nicht ja warum und wo und wie so sie werden da nicht schleichen wir werden einfach haut drauf und schluss machen ich werde mich damit ausrüsten sorry leute zerstörung und schon geht es los was könnte ich da jetzt nehmen egal damit wir nicht vor allem nehmen wir ich mache als schrei und wir nehmen da vorher blitz das ist nämlich kein umgebungsschaden sauber ja da geht es los und schon geht es los ich habe was ist mit meinen was hat ich denn da jetzt ausgerüstet zerstörung 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 und dennoch hat das nicht hin ich muss da kurz mal nachschauen aktive effekte beschwörung zerstörung 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 das ist nicht hin leute da haben wir ein schwieriges problem jetzt mittlerweile wir müssen das ganz einfach anders machen objekte und schauen bei bekleidung was da jetzt los ist weil das Zerstörung, 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 Zerstörung Was ist denn da jetzt mit der Zerstörungszauber? Irgendwas haut da nicht hin Schaut euch das an Da habe ich einen vollen Bug Zerstörung, Zerstörung, Zerstörung Und dennoch hat der mir den Scheiß da rein Verstehe ich nicht Ja, das Bug ab und an wirklich Schauen wir mal, wie es da jetzt aussieht Sorry Leute, ich musste jetzt kurz mal nachschauen Wiederherstellung, Wiederherstellung Einhändig, Einhändig, Beschwerung Und so weiter und so fort Das ist echt mühsam mittlerweile Feuerball Feuerblitzbeine Okay Ja, klar Ich schaue mal da durch Ich mache mal die Map klar da Ob da was ist von Interesse für uns Und Zwergenbogen Ja Eisenfeld, Gold Fehlrüstung, B Wir machen das uns alle klar Keine Frage Da Haben unsere Jungs ja schon Gute Arbeit geleistet Und irgendwie werden die Dungeons auch immer dunkler Ich weiß auch nicht Habe ich da was falsch eingestellt? Ich denke mal nicht Geile So, zwei Und wir hatten glaube ich noch einen dritten Gegner irgendwo Herumliegen Egal Leute Eisenbahn Ja, brauchen wir alles nicht So Wir machen da alle Räume mal klar Da gibt es einen Seelenstein Ich muss da in der Äh, ja Das brauchen wir nicht Vielleicht können wir da irgendwas leveln Nö Können wir nicht Togwein Pipapo Ah Nein Verbranntes Buch Auch nicht Da ist nichts Beschädigtes Und Schwarm Tankmischbettel Genau Den nehmen wir Und da Da noch was Okay Da Auch nichts Leute Ich sehe da wirklich gar nichts mehr Äh Was haben wir da jetzt Da Illusion glaube ich war das Äh Ne Schmäh Veränderung Nämlich Kerzenschein Rechte Hand Komm Zeig uns was Die Tralle Maid Ja Das Gäme ja gut Dann Zaubertrank Mein Schmarrn Und Das hatten wir auch schon Irgendwelche verzauberten Dinger Eisen 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 Na Silber Wäre interessant Eisenstein Gewalt Ne Äh Da müssen wir gar nicht hin Oder Aber wir schauen da mal auf Mhm Ist da jemand Ja wir sind hier Hallo Hier drüben Ah dich Äh Was soll ich jetzt mit dir machen Wir machen das jetzt einfach mal so Das Schild Und dann nehmen wir dann Ja Das Schwert des Himmelsschuldstahls Oh Gott Okay War auch gut Gold Kittin Äh Haben wir noch genug Ja Wir nehmen die Silberdinger einfach mit Ja Solange es geht Wir haben noch ungefähr 50 Ja Das geht schon So Ja Wir Durchsuchen Alles Ja Wir brauchen noch einmal Diesen blöden Kerzenschein Ja Zauber Rechte Hand Komm Kerzenschein Das schon So Dann sehen wir auch ein wenig mehr Und Kommt ja auch Richtig gut Ah Schmarrn Ich Hab da echt Nicht die Lust und Laune Dass ich dann lang herum such Auf irgendwas Da Blau Beschädigtes Buch Ah Hier liegt Und Das nehme ich mal mit Das Schaut doch schön aus Und das auch Himmelsanfällig Das kennen wir ja schon Da Das Zeug Und Was hat er da Ein wolf Ein wolf Und ein elch Leute Kann man sich Ah Kann man Ja Da ist sicher Irgendwer Bös Da ist nichts für uns Ja Wir Verstecken uns nichts Wir Ja Wir haben ja auch Einen Kerzenschein Da Da Sehen die uns ja auch Recht cool Doch Nichts Noch immer nichts Na gut Dann halt nicht Zaubertank Und Schmiede Hammer Und Ambos Nehmen wir ja auch mit Da drüben Nicht Ruhe Oh Adept Ja Das war nicht schlecht Ja Komm 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 Ja Fuck Jo Wir sind bei Bei diesem Schlossklappen Echt scheiße Unterwegs Echt Leute Oh oh Noch ein Stück Ja Ja genau Passt schon Und wir sind da Bei Gold Und die Rolle Des Chaos Hurra Rollen haben wir Bis jetzt noch Überhaupt nie Eingesetzt Ich weiß auch nicht Ja Das sind Nein 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 Ah Ja Komm Haut rein Jungs Ja Das sehe ich Immer wieder Oh Falsche Seite Falsche Seite Probieren Aha Nochmal die Seite Probieren Auch nicht gut Auch nicht gut Leute Das ist echt 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 Gemein Aha Ja Und nochmal Noch ein wenig 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 Ah Genau Passt schon Und die Jungs Machen die Arbeit Ja Das finde ich Ja auch Cool Irgendwann Aber müsst ihr mir Sagen Ob ihr das Überhaupt Haben Wollt Oh Jetzt habe ich es Falsche mitgenommen Wir haben nicht So viel Zum tragen Egal Da schau ich mal Kurz rein Da gibt es einen Zaubertrank Pieper Schmarrn 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 Kuhfell Leute Kuhfell Okay Warum das abgeschlossen war Das frage ich mich Jetzt auch Naja Stahlbahn Brauche ich nicht Das sind zu schwer Fell Knoblauch Das ist cool Knoblauch Teller Ja Das ist auch Zum Wir haben meistens Wenn wir Zaubertränke erstellen Solche Zaubertränke Die extrem Viel wert sind Und dann brauchen Wir ab und an Auch noch Solche Die wir da finden Damit wir eben Ja Beim Händler Genau auf die Summe Kommen Die er noch hat An Bargeld Sonst würde ich Die Dinger Ja Gar nicht mehr Nehmen So Nochmal Beistelltisch Komm her Gold Ja Passt schon Truhe Und irgendwas Mächtiger Seelenstein Feier Flicks Nochmal Cool Wir sind jetzt Bald wieder mal Bei der Zeit Was ist denn da Die haben den Jungen Den Kopf Abgehakt Leute Ich muss doch mal Daher schauen Schaut euch das an Ich glaub's ja nicht Ja Ich glaub Das ist ein Würdiger Zeitpunkt Um den Schnitt Zu machen Ja Wilkas Elbacino Und Robert Nio Sind echt Ein cooles Trio Ja Wir machen hier Einen Schnitt Einfach Ich speichere Da mal ab Und wir Sehen uns Dann beim nächsten Mal wieder Wenn wir Der Silberland Den Garaus Machen Euer So Ciao